Hallo zusammen! Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit den lokalen Präpositionen aus und von, die als Antwort auf eine Frage mit woher fungieren. Wir haben zuerst die Präposition aus. Wir wissen aus braucht immer Dativ. Aus benutzen wir, wenn wir über die Herkunft sprechen. Da haben wir eine Herkunft aus einem Land, aus einer Stadt, aus einer Familie. Beispiele dafür. Sie kommt aus der Türkei. Sie ist in der Türkei geboren und aufgewachsen und sie kommt aus der Türkei. Der Kollege ist aus Berlin. Er ist in Berlin geboren und aufgewachsen und deshalb kommt er aus Berlin. Diese Studenten sind aus dem Nahen Osten. Sie waren im Nahen Osten geboren. Deshalb sind sie aus dem Nahen Osten. Sie stammen aus einer Handwerkerfamilie. Aus benutzen wir auch, wenn wir eine Bewegung von innen nach außen haben. Das heißt, wir können die Präposition aus benutzen, wo wir die Präposition in benutzen können. Dann haben wir die Präposition von. Da haben wir einen Ausgangspunkt mit Bewegung. Anders als die Präposition aus, wir benutzen die Präposition von, wo wir die Präpositionen an, bei und auf benutzen können. Beispiele dafür. Der Zug kommt von Berlin. Der Zug war bei Berlin. Oder der Zug fährt an Berlin vorbei. Und deshalb kommt der Zug von Berlin. Wir gehen von Thomas nach Hause. Wir waren bei Thomas und wir gehen von Thomas nach Hause. Ich habe das Buch von einem Nachbarn geliehen. Das Buch war bei einem Nachbarn und ich habe das Buch von ihm geliehen. Da haben wir auch eine Bewegung, aber nicht von innen nach außen, sondern von draußen. Beispiele dafür. Der Bus fährt von Ikea zum Bahnhof. Der Bus kann nicht in Ikea sein. Der Bus ist bei Ikea draußen. Und deshalb sagen wir, der Bus fährt von Ikea zum Bahnhof. Das Kind ist vom Dach gefallen. Das Kind war auf dem Dach und es ist vom Dach gefallen. Deutsch liest man von links nach rechts. Sie nahm das Bild von der Wand. Das Bild war an der Wand und deshalb sagen wir, sie nahm das Bild von der Wand. Wir fassen zusammen. Die Präposition von benutzen wir, wo wir als Antwort auf eine Frage mit wo die Präpositionen an, bei oder auf benutzen können. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.